Feuerspucker! Okay, erzählt mal, wie sieht denn dieser Gargamel aus? Du weißt schon, wie ein typischer Zauberer. Langes schwarzes Gewand, wohnt allein mit seiner Katze und seinem Vogel. Voll traurig eigentlich. Du kommst mit mir, dann kannst du ihn mir zeigen. Hey, der steigt auf keinen Fall aus so... Vielleicht weißt du das gar nicht, aber clumsy bedeutet tollpatschen. Piya!